Die Firma Metallprofis aus Ipsitz bietet ein breites Spektrum an handwerklichen Fähigkeiten in Sachen Metall. Von der Schlosserei über Montage, Dreh- und Fräsarbeiten bis zur Reparatur, Instandhaltung und Ersatzteilhandel. Angefangen hat alles ganz klein. Es war ein Traum in unserer Jugend oder in meiner Jugend. Ich wollte immer schon selbstständig sein und irgendwann haben wir es einfach gemacht. Meisterprüfung und den Betrieb gegründet. Am meisten beeindruckt mich natürlich der Unternehmergeist und die Innovationskraft, die man hier spürt. Sie haben sich einfach eine Nische gesucht und sind dort absolut vorne mit dabei. Das merkt man auch bei den ganzen Zubauten, die hier in den letzten Jahren entstanden sind, sind mittlerweile auf 20 Mitarbeiter angewachsen. Eigentlich haben wir Stammmitarbeiter, die teilweise wirklich von Anfang an bei uns sind. Die haben das auch mitbekommen, wie teilweise noch die landwirtschaftlichen Gebäude da waren und eher umständlich das Produzieren war. Und das ist schon schön, wenn alle, die wachsen alle zusammen wie eine Familie eigentlich. Berthold Hinterleitner und sein Team haben auch immer Platz für Lehrlinge, die Begeisterung für Metallberufe mitbringen. Ich habe auch mit einer Lehre begonnen und wir hoffen, dass sich viele Jugendliche in Zukunft entscheiden werden, einen Lehrberuf sich auszusuchen und diesen Weg zu gehen, weil wir sind überzeugt, dass das die Zukunft ist. Ja, der Lehrberuf ist, ich glaube, es kann einem nichts Besseres passieren, wenn man in einer eher kleineren Firma lernt, weil man eigentlich von Anfang an eine Verantwortung übertragen bekommt. Und es ist einfach nicht das Gleiche, ob man in der Schule was über Metall lernt oder bei uns in der Hand hat und weiß, wie die ganzen Komponenten funktionieren. Seit 2009 gibt es die Metallprofis. Der Anfang war ein Wagnis, wurde aber gut begleitet vom RITZAB. Es freut mich natürlich sehr, dass wir hier seitens des Landes Niederösterreich auch unterstützen konnten. Es ist ja von Anfang an eine Beratung seitens unserer Gründeragentur hier erfolgt durch das RITZAB. Es ist aber auch eine Unterstützung seitens unserer Nöbeck erfolgt. Also wirklich ein tolles Erfolgsprojekt und es ist schön zu sehen, dass unsere Unterstützungsmaßnahmen hier wirklich auch Erfolge unterstützen können. Quer durch die Bank komplett eigentlich, wie man ein Unternehmen startet, haben wir komplett mit RITZ, mit dem Gregor Haslinger besprochen und durchgeführt. Der Gregor war immer für uns da, egal zu welcher Uhrzeit. Ich weiß, wir hatten einmal ein Problem. Ich habe ihn am Abend, glaube ich, um halb zehn angerufen. Sofort hat er uns zurückgerufen und hat uns immer gut betreut, das ganze RITZAB. Wir waren dort immer herzlich willkommen und das tut einfach gut, wenn man Probleme oder kleine Problemchen hat und im Hintergrund ist jemand, der kompetent uns da weiterhilft. Zu den Kunden der Metallprofis zählen unter anderem die Spanische Hofreitschule, das Schloss Schönbrunn oder auch das Stift Melk. Wenn man da hinkommt in den Park, wo eigentlich jedes zweite Teil in unserer Werkstatt entstanden ist, das ist schon sehr schön. Da bin ich eigentlich am meisten stets auf das Projekt. Erfolgsgeschichten sind möglich, die Metallprofis sind ein gutes Beispiel dafür.